jetzt gerade weg in der Nähe im Buschhof also die Kurset ausgenommen mehr die Leiche ist verschwunden weil die Leiche ist verschwunden ich weiß nicht, weil ich alles dabei habe, guck mir jetzt gerade das an ich liege in so einem Busch als Jay gesagt hat, da ist einer mit dem Ghillie Suit, hab ich mich hingelegt also ich liege quasi auf Zelthöhe wenn du vom Berg auf die Zelte guckst rechts davon in so einem Busch ja, ok na, ich müsste hier irgendwo zu gelaufen da bin ich nur noch dabei, guck, Kenkelass hab ich dann schau mir das mal weg, dann schau mir das mal weg da liegt so eine Waffe jetzt, glaube ich, oder? ja, da liegt jetzt die AKS, oder? ja, cool, die ist eine Empty-Empty-Empty-Dings die Standard hab ich auch die ist auf Höhe der Zelte ich bin auch auf Höhe der Zelte ich kann mal kurz aufstellen und jetzt hab ich so eine rote Sicht, ey, damit sich hier überhaupt nix hallo, da ist einer das müsste ich sein ich geh grad so, ich guck so von links nach rechts Schulter ja, 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 ja ich seh euch noch nicht äh, wo bist du denn? ich steh genau, genau nördlich von dem roten Auto auf den Berg hoch ok, dann komm mal Richtung Häuschen Richtung Häuschen da ist der rote riesen Ding da nein, 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 Jay meinst du das Sniperhaus das Sniperhaus das Sniperhaus kenne ich nicht ich komm mal eben Richtung Häuschen auch das ist quasi also auch die andere Seite noch haben wir einfach die entgegengesetzte Richtung ja, genau ok, dann hab ich durch den Leut mein Leuch ist leider auch weg oh, ist aber schade, wenn man so die Sachen verliert hatte der seine Sniper in seinem Rucksack? ne, der hatte seine Waffe, hatte eine Waffe in seinem Rucksack da ist er aber gar nicht äh, weiter runter bin ich den Berg komm mal ein Stück runter ja, jetzt lauf mal runter genau in die Richtung ach so, ich sollte mich vielleicht mal aufstellen, ne damit das fairer ist hallo hi nein das war ich oh man kannst du das wenigstens mal ankündigen ich steh auf und dann höre ich Schüsse kannst du mir kurz ein Blatt weggeben wo seid ihr? ich hab leider selber keins dabei ja, ich leg dir kurz eins rein äh hopp mir recht nett weil ich hab nur noch 8000 ja, das ist kein Problem der ist der einzige ich bin aus dem Kampf mit Verwundungen raus der auch hat dich dann geschossen, oder wie? ne, aber die Zombies dann auf mich eingeschlagen wenn ich den gelootet hab alter, also das ist echt das ist, ne der ist ja noch Rage-Crit, ein fairer na, da kommt der Peter na, jetzt hab ich eine Map und dann findet man auch die Hatchet eigentlich man nen Wichser hat mir keine Hatchet da gelassen bin ich jetzt an euch vorbei? ja, ich hab schon an uns vorbeigelaufen ja, blöde, Sau und ich hab auch keine Secondary ohhhh hat ja da keine Secondary für dich nicht irgendwie noch so eine PDW oder sowas ne, leider nicht hat Spaß hier mal soll ich genauso voll die Alice Pack Bande also Mission Auto reparieren wird fortgesetzt ja, würd ich sagen, oder? ja hast du vorhin den Industrial Dingens noch mitgekriegt? ne, äh, wo ich war ist an dem roten, an dem roten, großen Blechhaus da in dem kleinen Industrial Ding war ich drin Peter, genau geradeaus da war ein Jellycan eigentlich drin, oder? genau geradeaus da ist ne kleine Hütte da drin könnte was sein dahinter ist ne Farm da war ich schon drin da war ich schon drin und noch hinter der Farm einem linken Arsch ist noch ein größerer Loot aber geil du kannst mit der Waffe auch Zombies und Dingsbums das ist ein Zombie ja du kannst mit der Waffe erkennen ob da ein Zombie oder ein Mensch ist das ist ziemlich fett hier ist neuer Loot überall lol echt? ja oh immer geil dann soll ich mal sagen nochmal durch die Zelte durch, ne? ja wobei da könnte auch in einem Auto und hier rutsch nochmal neuer Loot sein, oder? weiß ich gar nicht ist ein was drin? da lag vorhin zumindest ein Riffen ne, in einem Zelt lag aber ein Reifen drin vielleicht ist ja noch jetzt wieder einer drin aufgrund von Lecker oder so hier ist übrigens die Bauernsniper ja ich weiß die hab ich auch schon hier Bauernsniper würde nicht M1014 ist hier drin wir rennt ein Zombie hinterher oh fuck ah wie der jetzt im Kreis rennt ich wollte die Zombies loswerden naja hat nicht geklappt wo sie einmal durch die Farm ich hab geschossen ok Alter 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 du schießt auf das Zelt wo ich drin bin Alter wenn ihr so durchschlaft mich schlecht trifft, ne? oh ich muss so ganz lol lol war das lol? weiß ich auch nicht da an meinem Zelt ist jetzt die Leiche von dem von dem Sniper welchem Zelt? ist ne AK-74 weil's jemand haben will nö hinten an der Farm ist noch ne Jerricane und ein Windshield kann ich aber gerade nicht mitnehmen ich komm jetzt noch mal zum Auto so der Harz was hat er denn noch dabei? ein DRM hat er dabei ne Headshirt DMS nice M9 oh cool M9 SD schnell mal rausholen drück die Wache wechseln jetzt so wenn einer möchte dann würde ich ihm dann gerne eine Waffe und zwar die die Johnny Johnny's alte so du nimmst die Sniper ich nehm die Sniper dann na oh nicht mich anschießen wie halt sicher und ihr blutig wieder direkt ach das ist doch zum Kotzen ja Jay, wir machen was Rambullen was aus nimm du die ok fandst du die nicht gut? ja das Ziel ist extrem ätzend ALTER ich blute ich kann hier nicht nein nicht binoculars oh man ALTER ich krieg wie viele kommen denn AAAAAAAA Fickt euch alter Schwede Alter ich komm nicht dazu Bandages zu benutzen ist zum Kotzen und schon wieder nur 9 lieben ALTER ist das zum Kotzen ich hab so viele AKM und hier und deswegen äh kannst du die ruhig nutzen bin sofort durch Alter noch halt ganzes Magazin von der Maka rauf aus du scheiß wichst Zombie oh mein Gott den Killers so Windschild hab ich jetzt nochmal eingepackt das hab ich vergessen vorher die Jurycan ins Ding zu legen Moment warte das Moment jetzt ist noch mal hin bleib mich am Arsch hier sind so viele Sachen gerade ich bin auch ne Megazombies tot hier läuft die ganze Zeit sonst draußen rum ja ich hab die über am Arsch ja ja hoch und was das denn jetzt glas ist grün wieso ist denn der Windschild grün hatte die den Lektor auch Leila oder wat ja was hat der denn so bekannt gestattet das ist nämlich die DMR im Magazin äh im Magazin im Rucksack was hast du denn noch ich bin die jetzt da raus so naja jetzt hat der die wieder alles klar wer ist da in dem Zelt mit einer Sniper ich bin in einem Zelt da wo die Leiche ist genau ja geht doch äh meine Fresse äh ja hier liegt auch noch so ein Typ äh also mit Map, Rangefinder und so ne ganze Kacke uuuuuhh hier sind Sandbags also wenn du dein Interesse zusammen hast ja sicher wie viel Munition hatte denn Jays Waffe überhaupt oh GPS hama nice Ragefinder hama nice naja damit wollte ich nicht ich mach den Trick da mit der Maus mit dem Mausgraf alter weil dich denn hier so viel Munition ja da liegen wie gesagt Peter auch hier rein komm komm noch also Daniel Peter du willst jetzt die äh L85 da nehmen wie viel Munition hatten die 6 Magazin aber das ist ne Menge ja ich glaub schon na komm rein Petrus du bist an uns vorbei gerannt du bist bei mir was sind denn Sandbags das ist jetzt nur noch die Frage ach da ist mein alter Rucksack ich geh noch an meinen alten Rucksack hier ist ne M4A1CCO cool oh das ist satt das ist auch das ist halt ne M4A1 nur halt die äh mit dem Visier dran ist ja geil lol was war das denn gerade dann hat Munition brauche ich jetzt Alter ich komm unter LS-Pack nie wieder dran ich seh das schon kommen das ist nur meine Bloodpicks drin nehm ich jetzt erstmal die ganze Scheiße auf die da rumliegt ja mit dem Zielen ist echt interessant mit der Waffe ok jetzt hast du die AKM hier ist ein DMR Magazin aber nice brauchst du doch oder? hier liegt auch noch ne AKM wenn du gern hättest und ansonsten liegt hier noch Stunhack Munition Stunhack brauche ich aber wenn Peter nimmt die Waffe dann ja und hier liegt noch ne AKM mit 1,2,3,4,5 Munitionsteilen ja das ist wahrscheinlich mal eine ne die hab ich da gerade hingelegt ok ne ich hab jetzt keinen Bock mit der AKM zu spielen ich find das Zielding ganz nett ok ok dann lege ich jetzt noch kurz meine DMR hier hin ok soll ich mal dass die nicht weg ist AK-74 Kuba ja die liegt da nehm ich die AKM ist hier drin was ja alles neu gespawnt ist er legt mich am Arsch lege die hier hin ich wieder rein und die DM wieder auf so und jetzt kann ich endlich alles fack ich will meine Support nehmen warte ist denn in dem Auto das oberste das kann ich wegen den Frapsdinger nicht lesen warte mal ach HAL ok open ich öffne mal dein Backpack ne wegen dem DMR Magazin da ist jetzt vier drin und das so Bandage noch Peter hat die alle Starnak Munition da gelassen weggelassen ne? ja ja so jetzt guck ich nochmal weg Speedpack 1 2 3 4 warum er dann zu mir Friendly gesagt hat wenn er so krass ausgerüstet ist also ich hätte ja ohne Scheiß äh den einfach weggeknallt hätte er mich gesehen eiskalt weggefetzt tja keine Ahnung wird ihm wahrscheinlich auch nicht nochmal passieren fuck ja ich würde sagen ich bin das ist ja wohl ein Scherz perfekt ausgerüstet es wird nur ich bin ein bisschen mehr Starnak Munition genau dann passt es schon gut dass ich mittlerweile so ein Wichser gewonnen bin in dem Spiel ach das bist du auch nicht nur in dem Spiel ne aber am Anfang mittlerweile muss ich mir echt zu Gewohnheit machen erst schießen dann fragen ich glaub das hast du schon zu Gewohnheit gemacht das ist wahrscheinlich das Lieblingsspiel der Amis oder? ok wir hatten ein dicker Leck Johnny läuft die ganze Zeit durchs Geeks Auto weder ein Leck jetzt ist er verschwunden Leute wo ist er hin? oh Leute da vorne steht Leute okay wir bist grad dem Berg da hochgelaufen durchs Auto durch das Schand so was haben wir hier hier der ist ein Windscreen Glasses drin brauchen wir die eigentlich noch irgendwie? ne der war ein grün ich hab die da gerade reingetan ne der war ein grün ich bin ferker snipert worden alter schießt der krass auf mich schießt der krass auf mich der Junge gut dass ich hier gerade im Zelt rumliege wenn Johnny trotz ne Johnny trotz wahrscheinlich jetzt nicht raus war sonst gibt er mit nichts verbunden ja sicher wo ist der denn? wo liegt dein Toter? äh direkt an dem